eigentlich wollte ich schon die ganze zeit so einfach mal kurz augen zu machen stunde pennen und sich meine augen holen aber irgendwie ich habe veranstaltungen in meinem rennprogramm die du noch nicht gewonnen hast habe ich nicht gemacht nee standard controller oh elite one ist ja das ist sehr heftig das ist das ist ja das kostet 150 euro das ist außerhalb meiner range in den nächsten 100 jahren auf jeden fall kann ich mit den xbox kontrollern komme ich zurecht mit der playstation ist für mich also kontrolle geräte sind für mich im körper mit pc aufgewachsen maus das zu tun aber xbox controller fühlt sich gut an auch mit diesem diagonal die kamst kamstig so wie die heißen aber playstation wenn ich da irgendwas lenken muss irgendwann steuern muss nutzt man die daumen immer wieder weg da hier ist so eine mulde da kannst du schon reingreifen und das alles ganz cool gemacht und das stößen auch die stößen auch die daumen nicht zusammen ich weiß dass das dass die ganze welt eigentlich das playstation mehr gehypt ist als xbox und viele vergöttern die controller aber ich nicht viele vergöttern sie wegen dieses typische fifa und cod ist ja komplett immer nur master playstation ne sag ich mal weil die meisten spieler halt auf diesen konsolen hat sind immer schon gewesen aber kann ich nicht also habe ich zwar auch müsste ich auch manchmal nutzen wenn der playstation spielst aber schwierig die 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 griff also die die analog sticks wieso sind die so komisch gummi mäßig so 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 dann schwitzt man auch direkt und dann kann man doch nicht halten muss jedes mal umgreifen ich drücke ich versuche den daumen in der mitte zu halten und dann erwische mich dann immer dass ich in das an der seite bin oder schon wegrutsche nach zwei drei sekunden und hier kann es entspannt einfach da rein liegen vielleicht ist es ja bei playstation auch so gemacht dass das sie ja dass du nur dass sie durch dieses gafting oder wie die heißen durch das ist es dann gut weil viele die als cod zocken oder so spiele wo du noch ein extra knopf brauchst wo du dann gleichzeitig schauen und springen musst du hast du die beiden analog was du die daum hast du ja brauchst du ja für die analog sticks haben halt meistens irgendwelche skaffteile und vielleicht ist ja das kann mit skaffteile nicht schlecht weil da kannst du ja auch der analog sticks auswechseln du kannst sie ja höher haben du hast ja auch so mit so einer munde drin das ist ja fast schon so wie in so einem xbox und roller kannst du ja machen wir lassen halt sie nebeneinander sind und nicht so diagonal wenn ich berühre bin ich gefühlt auf 0 kmh die anderen fahren ganz normal weiter schwer manchmal ich bin mir nicht sicher ob das ob das mit lenken hat eigentlich gut wäre deswegen weil du musst die kurven so krass fahren wenn du alle hilfen komplett ausmaßt mit lenker fährst also du musst zu schnell links und rechts reißen ich glaube das funktioniert nicht also ich glaube nicht dass es funktioniert ist einfach für controller gemacht man merkt halt einfach beim spiel für was für eine peripherie gemacht ist hier würde ich sagen eindeutig controller wie die meisten einfach leer ja wird es toll ja wie es bin auf jeden fall aber auch was das kontrollieren angeht stabilität und beim bremsen du musst dir manchmal zu stark bremsen zu schnell also die gegner sind einfach so ich weiß nicht die bremsen von jetzt auf gleich sofort runter wenn du sie ein bisschen an dort bist du komplett geslothed sie kaum also es ist halt schon full arcade was hat was ja ok ist das ist ja passt ja das pandor zu ja eigentlich die pandor nicht eigentlich das das gegenteil zum muttersport da muss man gegenteil wie ist es jetzt mit dem haus hier so sich schon wieder halt überall hin fahren oder so nervig gut ich bin auch im arsch der welt jetzt bin ich hier was ist denn hier noch auf dem weg bis dahin ist ja schon weit geh in 400 metern links abbiegen nicht irgendwie direkt fahren müssen das ziel mal sieht man das ziel richtig ist das ziel und durch gut ich kann es ist direkt direkt der weg sie nix eigentlich bin ich auf der straße fahren aber das ist halt der direkte weg das ist hat luftlinie die zu fahren also bis jetzt gutes auto hat man gefahren der ford der ford bronco hat mir gefallen dann der der camaro der seine wc auto ist auch nicht schlecht aber aber mit allen anderen autos die zu schnell sind es ist einfach zu schwer der liegt zumindest gut auf der straße wenn er es rum hüpft aber so ein s1 oder s2 autos wirklich stark aus der punkte zu kontrollieren deshalb ist dann anders will du hast du darfst du nicht bremsen du musst ja gas loslassen die kurve so ein bisschen rein zu leiten das ist so weit weg von meiner von meiner welt von autofahren das ist eher meine welt hier durch durch die die blättern die blättern links abbiegen in 400 metern links abbiegen also dadurch dass man das auch hier so fahren können sieht man ja sowieso dass was das spiel ist muss aber sagen ich finde das selbst selbst vor zum muttersport mit den jahren immer so bisschen akade lastige geworden ist hier gibt es wieder eins von der community voll cool und ich muss mich auch erst gewöhnen dass man die ganzen rennen mit allen autos fahren kann ich bin es mir gewohnt dass man so sagt man hat so kap oder so eine einschränkung man kann nur mit dem mit dem auto fahren oder du kannst mit allen serien jedes fast jedes rennen fahren manchmal gibt es event events aber das ganze mit jedem auto jedes rennen fahren ganz mit jeder 1 oder aber oder wirklich ein oder oder Druck gibt oh doch Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, zum Glück ging es so in die Höhe, das hat ein bisschen abgebremst, noch zusätzlich. Hast du eine Ahnung, ob das wirklich so ist, ob ich mir ein Schnellreisehaus kaufen muss oder einfach nur irgendeins? Also, mein Freund meinte, Dad, ich soll ein bestimmtes Haus vielleicht. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht freigeschandelt. Es wäre cool, nicht überall immer hinfahren zu müssen, das ist eine Schnellreise der Beste. Irgendjemand anderes hier noch, der da ist, der das Spiel kennt. Vielleicht laufen auch schon alle wieder. Wenn ich mit Lenkrad spiele, dann habe ich gefühlt die ersten Stunden nur Einstellungen. Ich bin nicht im Einstellen. Die Winkel, die Dings, also alles Mögliche. Apropos Bonus, es gibt ja so viele Boni bei diesem ganzen Teil hier. Hey, das erinnert mich an... Ist das nicht normale Fotos? Es gibt so viele Boni, wo du Geld kriegen kannst. Das habe ich noch nie eingesetzt, so wirklich. Ich glaube, 33 Boni, die ich noch nicht benutzt habe. Weil ich, keine Ahnung, dieses Level, dieses Spinning dann alles, ist es halt für mich nicht notwendig beim Auto. Also den Season Pass Leveln, dann Bonus Nutzen, Boosts sind... Ich will Auto Rente fahren. Ich habe manchmal drei oder vier, weil ich irgendwie nicht nutze. Wenn ich Geld kriege und Auto ist okay, aber ich habe so komische T-Shirts bekommen. Hä? So ein T-Shirt. Weißt du, dann vermischen sie so ein Spiel mit so Season Pass-ähnlichen Call of Duty oder... Irgendwie alles zusammen. Hose Beste. Ja, keine Hose tragen Beste. Ich meine, ist ja okay, ist modern. Überall Season Pass. Überall Spinning, Wheel, Gewinn, Gold, Dingster. Ist ja okay, ist ja okay. Nettes Feature. Okay, wir müssen mal schauen. Irgendwie sind Boni da, wo sind die denn überhaupt? Auszeichnungen, nee, das ist was anderes. Schau mal, Straße Rente habe ich schon 56 von 116. Festival, Abenteuer, Autos. Super, Wheel Spin. Wheel Spin. Was ist denn ein Super Wheel Spin? Oh mein Gott, jetzt habe ich eine andere Hupe. Okay. Bin begeistert. Also. Kack. Fast zum... Haha. Ja, Mann ey. Aber ey, ich sage mal, das passt. Alles zusätzlich ist nett. Ich bin da jetzt nicht mehr... Das brauche ich nicht, aber okay. Wo ist denn das mit diesem... Mit diesem Bonus da? Was ist denn das überhaupt? Habe ich E-Mail bekommen oder was? Danke. Geschenke. Dir wurde ein 2020 Chevrolet Corvette Stingray. Dankeschön. Nächstes, danke dir. Auktionshaus. Okay, warte, ich habe scheinbar noch neue Nachrichten irgendwo. So, nicht wo. Okay. Geschenklieferung. Lobe Gesamt, 19-Tal, Super Spin Wheel. Was ist denn das überhaupt? Aber ich kann nur vorzuschauen, was kommen wir da wirklich was kaufen? Fuhrpark. Oh, der Ariel, der ist, der ist, der ist lustig. Was ist denn Automeisterung? Ach, das Ding heißt Automeisterung. Ich suche nach irgendwelchen Buffs oder Boni. Okay, ich habe 36 Punkte zur Verfügung. Was habe ich denn da? Kann ich da machen? Du verdienst für die nächsten 10 Straßenveranstaltungen in deinem Auto 20% mehr XP. Ist doch super. Die Punkteanzahl für die bei Nahentrefferfähigkeitsautos werden um 10% erhöht. Kombo-Punkte. Hä? Komm, ob ich gern sind. Sind wir hier irgendwie bei Streetfighter oder was? Okay. Oh, ich muss aber mal dringend schiffen. Ich muss nur dringend schiffen, Chat. Moment. Komm gleich. Schifferino. Aber nochmal kurz so weiterlesen hier. Kleinvieh macht auch Mist. Erhalte sofort ein Superspensal. Okay, geht das? Um diesen Vorteil freizuschalten, musst du erst einen der benachbarten Vorteile freischalten. Achso, ich kann das noch gar nicht. Du verdienst ja in den nächsten 10... Wir machen ja nur Straßenrennen. Pass doch. Du hast einen temporären Vorteil freigeschaltet, der für dieses Auto begrenzt genutzt werden kann. Das ist okay, ich fahre auch das. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Dieses Auto erhält einen permanenten Bonus. Drei große Chancen, drei große Preise. Das ist ein super Wheelspin. Willst du es mal versuchen? Was ist das? Halbe Slots hier. Muss ich jetzt aufs Schloss umstellen oder was? Valhalla-Konzept. Was ist das? Das ist geil. Das ist Konzept-Karsten immer wild, oder? Das ist wichtigste, die graue Mütze. Die Punktzahl für Seitenstreifer-Fähigkeiten, da ist Autos werden von 5% erhöht. Der Halte da auf 20% mehr EP durch das Abschließen einer Veranstaltung. Also, das ist jetzt nur auf dem Auto. Das hätte ich alles früher machen können. Ich bin jetzt gefahren, so viel. Ich habe es gar nicht realisiert. Dein Auto erhält durch Combo-Fähigkeiten, das heißt, ich bin jetzt erhöht, der Fertigkeitsbohrner. Gleich macht er auch mit, füge deinem Konto durch 5 Fahrzeugpunkte hinzu. Die Fähigkeit des Autos endet 1,5. Aber ich habe ja bis jetzt kein, ähm... Doch, ich habe ein noch gutes Auto gefunden. Das Ding ist auch geil, der Camara. Der ist echt krass. War das das, wo sie darüber gesprochen haben in dem Video? Wegen Teil 4, das sind Teil 4, gab es diese Boni. Einmal für alle Autos. Und hier musst du es wieder bei Teil 5 für jedes einzelne Auto machen. Wie ein Teil 3. Oder so. Es war irgendwie... Haben sie darüber gesprochen im Testvideo. Ich kann auch alle freische Helperpunkte, oder fast alle. Krass. Na gut, kurz schiffen. So. Na gut, moin. Okay. Uh. Um das Kissen hier anzumachen. Okay. Ich hatte... Ich habe auch die Färben drin geholt. Aber überlegt, ich mache die... Luminous Battle eher später. Das passt schon. Wenn ich ins Bett gebe, schade ich das. Und wenn ich morgen aufstehe mit dem anderen. So. Da habe ich ja eigentlich gar nicht mal so wenig Geld verloren, oder? Ne. Liegen lassen, weil ich die Boni nicht genutzt habe. Hätte mir das mal doch lesen sollen. Aber egal. Mir ging es ja nur ums Fahren. Was soll ich machen? Ich würde nur... Erasen. Erasen. Boni hin, Boni her. Wheelspin hin oder her. Erasen. Erasen. Wäschte. Anstatt habe ich mich wieder, habe ich mich direkt... Direkt gut in das... Die Range im Mikrofon gesetzt. Weil es ist schon gut und laut, wenn ich rede. Dann kann ich über normal reden. Faust ja. Oh, den würde ich so gerne mal testen. Aber... Ist nicht in dem Brennen. Ich habe auf Death, habe ich alle Boni gegeben. Ne, ne. Durch Leichtigkeit ist es nicht. Das ist Glückssache gewesen. Oh, noch drin. Da bin ich aber gespannt hier. Jetzt, wenn ich Boni habe, schon verkacken, oder? Aber nichts Boni habe und verkackt, kriege ich genauso viel, wie wenn ich ohne Boni gewinnen würde. Okay, es geht dann irgendwann eine ganz krasse Nach-Links-Kurve. Jetzt dann. Bremsen. Es geht, es geht, es geht. Ich kann aber nur kurz schauen auf die... Die Mini-Merk. Wow, 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 wow. Das war jetzt echt riesig. Das war jetzt aber mehr ausweichend auf der Straße, statt die zu überholen zu wollen. Die Scheiße, Alter. Die Scheiße, Alter. Ja, der hat eine ganz andere Linie genommen, ey. Wie schnell der andere beschleunigen kann. Der schaltet ja auch so komisch hier. Also ich hätte manchmal einfach einen tieferen Gang gewählt, um mich hoch zu beschleunigen. Soll das bergauf oder so. Aber kein Bock, dass auch noch so schaltig wird, dass ich das Spiel entspannt genießen will. Ist der Walhalla bekannt, weil du Walhalla vor dem Pock geschrieben hast? Also weil Walhalla kenne ich ja schon, aber... Auto? Hey, Dingsbums, Zeit für ein Abenteuer. Konzept kenne ich halt von... ...Gon Turismo auch. Das habe ich alle schon. Oh. Oh, shit. Okay. So, cool. Also das ist bis jetzt das beste Auto. Keine Ahnung. Der Camara war auch toll. Aber da ich jetzt die ganzen Bohnen hier draufgeklatscht, da fahren wir noch ein bisschen mit dem. Und es tauchen immer mehr Rennen auf. Voll geil. Wie viel Gold haben wir denn? 1,4. Achso, wir wollten schauen wegen Boni, hast du ja gesagt. Machen wir mal. Alle. Hier gibt's Häuser. In Horizon Apex werden die Straßen und Beschleunigungsräder abgehalten. Nee, das ist kein Haus, oder? Nee. Das ist ein Haus. Fortschritt. Metallvorbereitung für Lackierung. Schau vorbei, um Horizon Community eine Geschenklieferung zu... Achso, das ist gar kein eigenes Haus. Das ist... Hä? Wir müssen das Haus, was man kaufen kann hier irgendwo. Da. Zum Kaufen, Besuchen. Tropenparadies und Heimat, Fehler verschiedener Tierarten. Darunter auch... Äh... Wallei und Flamingos. Wal... Was ist? Wall... Halle? Was ist das? Und Flamingos? Wallhalle? Flamingos, äh... Nachts erstrahlt das Meer mit etwas... Walhaie. Ist das ein I? Ach, Walhai. Das ist doch ein I, oder? Ich seh das nicht richtig. Walhai. Ich dachte, das ist ein L. Ich dachte, was ist denn W-A-L-H-L-E? Das ist... Ja, ich seh das nicht. Das ist... Wie gesagt, meine Augen. Schwierig. Alles verschwommen. Ich dachte, Walhalle. Walhalla. Nachts erstrahlt das Meer mit etwas Glück in Biolumisenzzentren Glanz. Okay. Okay. Also, dann um ein Biolumisenzzentren Glanz brauchen wir das Haus hier. So haben möchten wir das Haus hier. Aber was ist denn mit dem Reisen? Brauchst du ein Spezielles? Ja, schwer beim Lesen hier, weil... Wie gesagt, Augen... Auge rippen. Bringt nichts. Den... Augentränen... Jucken. Das bringt kommen was. Nachdem ich Montag die zweite Spritze bekommen habe, ist es halt schlimmer geworden. Ich habe generell Probleme so mit den Augen... Also... Huch... Wegen... Den ganzen Tabletten-Stuff, den ich nehme. Es geht halt immer auf den Sehnerv. Wenn ich Tablette nehme, nach einer Stunde auf einmal Sicht 50% schlechter verschwommen. Immer. Und dann fangen sie so lang... Also ein bisschen verschwommen, so ein bisschen neblig und so... Und langsam anfangen sie noch an zu drehen, je nachdem. Aber jetzt, seitdem ich die Spritze am Montag bekommen habe... Nur noch am Drehen. Ich drehe in die Augen. Ich muss drei, vier, fünfmal blinzen, dass ich was sehe. Und das ist nicht gerade förderlich für ein Autospiel. Aber ist egal. Ich bin halber Jesus, kann durchs Wasser fahren, das reicht schon. Kein Wunder, dass die Augen fehlen, wenn ich sie durchs Wasser fahre, oder? Ich habe keine Ahnung, ob man meine Augen sieht hier in der Kamera. Ist schon ein bisschen weit weg, aber... In 400 Metern links ab. Nein, ich bin drei, viermal am Stück und sehe nicht so viel. Beim fünften Mal geht es dann wieder. Torbogen von Molech, oder was? Und Brille ist noch okay. Das habe ich ja schon checken lassen. Meistens auch nur die Medikamente, die halt so eine Scheiße machen immer. Voll, let's go. Aber Xbox Game Pass ist schon geil, was du da alles zocken kannst. Oh, ich wollte schon nichts fahren. Ich habe nicht auf die Minimap geschaut. Also die Streckenführung ist nicht immer offensichtlich hier aus dem Corpuit. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt heute. Aber krass, wie laut das Mikrofon ist, wenn ich spreche. Ich bin anscheinend direkt in der Niere drin. Das ist ja ein Nierenscheiße, dass man direkt rein sprechen muss. Aber so von der Seite geht es halt auch, wenn man direkt in die Niere steckt. Klingt schmerzhaft, aber es funktioniert. Ich muss sagen, ich genieße es wieder mal Racing. Ich wiederhole mich zwar immer wieder, aber Racing ist einfach geil. Und es ist auch okay, dass das alles nicht so wild ist hier. Ja. Es ist schwer, sich zu konzentrieren auch mit diesem ganzen Scheiß, ich nicht habe. Nur das eine Rennen ist, welches da eine halbe Stunde geht oder so, oder 20 Minuten. Das habe ich noch nicht geschafft. Zu viele Fehler gemacht. Keine Ideallinie, kein Zurückspulen. So ein bisschen möchte ich auch so das Authentizität, kann man nicht sagen, aber irgendwie doch haben. Nicht zu sehr, nicht zu sehr Arcade. So ein bisschen. Ich glaube, man merkt, dass wenn man bei mir Sachen Spaß machen. Wenn ich jetzt öfter so meckere mit wegen den Augen, und es ist gerade das falsche Zeitpunkt, die Augen aufzuhalten, ist es egal. Ich habe Bock. Es gibt ja auch fast im Action bei 24 Stunden zu tun, außer wenn ich zwischendurch mal im AFK muss, muss ich mich auch im Haushalt und andere Sachen noch kümmern. Oh, war aber schon knapp. Was kriege ich denn so vor Rennen? 68.000? Oder auch noch 25.000? Oh, da ist ein Maserati Forza Edition. Lol. Das Geld steigt. Straßenrennen, World First. Fertig. Das werden immer mehr? Ganz wild. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Wir schauen, was es lang geht hier. Ist schon cool gemacht. Also, der Rennen gefallen mir. Ob man das jetzt viel und oft lange spielen kann, weiß ich nicht. Aber noch habe ich Bock, die ganze Rennen zu fahren und mit verschiedenen Autos umprobieren, dass ich halt, wenn es geht, überall in den Top 3 drin bin, dass mir jetzt seit der Stunde gut gelingt mit dem Auto. Ich könnte Schwierigkeitsgrad auch jetzt erhöhen, aber das ist schon okay. Ich habe mich ja wirklich ein bisschen gequält, die ersten Stunden. Und jetzt auch nach so viel Zeit ein bisschen auch genießen. Das schadet auch nicht. Verletzt den Spielspaß und den Wiederspielwert. Du hast dein Ziel erreicht. Also, 1,5 Millionen. Dauert schon noch, bis ich was gelieb. Bis ich da 2 Millionen habe. Das ist auch, was denn? Nebel. Ui. Vielleicht. Ich muss ja auf die Story weiterspielen nachher. Hey, ich stehe schon lange auf der Bremse. Was ist das für ein Nebel? Das ist der Weltuntergang, das ist ja kein Nebel. Okay. Dauertöteröteröterö. Dauertöteröterö. Dauertöteröterö. Wieso riecht es wieder nach Rauch auf einmal? Komisch. Ich glaub ich die Auspuffgase in der Fress hätte. 4D hier. Mit Geruch. Wäschte. Moment. Kratzt. Meiner. So schön Singleplayer kann ich kurz Pause machen. Kann mir am Kopf kratzen. Ist auch geil. Diese Wege nach vorne, keine Ahnung, die mach ich halt um nackt irgendwie los zu werden. Nacken Krampf zu entgehen. Müssen mich aufzusetzen. Sekunde. Weiß nicht. Löst sich da immer alles. Jawohl. Bisschen eingedellt, aber passt. Läuft. 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 schwein auf dem tisch schon darauf hinweist ich komische sachen macht hier wenn ihr voll fokussiert und konzentriert die helles hinter mir ist von mir ist dunkelhell wegen der windschutzscheibe nicht die zweite ausfahrt nächster niemals never touch a vending story du hast dein ziel erreicht sprint let's go i'm ready energie energie ansonssach 20 20 20 21 so lol Ich glaube, es war einfach zu schnell. Soll ich dich durchboxen hier? Ich fühle mich auch nicht so gut damit, so überholt zu haben, aber hey. Passart. Soll es? Woah. der schuss gehabt und vor einer falsche lenken nicht bei uns nicht bei uns nicht bei uns kommen wir sofort wieder der größte vorteil sich wirklich ausgemacht hat die schäden so was kriegen wir denn hier was gibt es denn hier 70 pro jahr hauptsache level augenobiles bin es mir wichtig ein im mode was